Das Thema dieses Films ist der Bau einer Blütenpflanze. Bunte Blumen auf der Wiese im Sommer oder blühende Bäume und Sträucher haben eines gemeinsam. Sie gehören alle zu den sogenannten Blütenpflanzen. Wie der Name schon sagt, sind es Pflanzen, die Blüten tragen. Blütenpflanzen sind die am weitesten verbreitete Pflanzengruppe auf der Erde. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Was den Film im Auftrag des M Und um sich blüten, um an die Meter Ereput zu